Sie sind eben nicht Geschäftsführer oder Teamleiter, Sie sind Experte für die betriebliche Altersvorsorge. Dann sehen Ihre Leute genau, was Sie können und kommen deswegen mit Ihnen ins Gespräch. Und da sind Sie Experte, da können Sie sich eben abgrenzen von vielen anderen, die vielleicht auch da findbar sind. Online ist da sicherlich nur ein Werkzeug, ein Werkzeug von vielem, aber wenn Sie das eben nicht nutzen, dann haben Sie da viele Möglichkeiten nicht geschafft. Wenn Sie den Kanal Social Media nutzen, für sich und Ihre Zielgruppe, dann haben Sie einen weiteren Kommunikationskanal, mit dem Sie eben mit dem potenziellen und auch mit dem bestehenden Kunden völlig unverbindlich in Kontakt bleiben können. Viele wissen gar nicht, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Wenn Sie also bei Google nicht findbar sind und schauen Sie mal, geben Sie einfach mal Ihre Branche ein, geben Sie mal die Produkte ein, die Sie suchen bei YouTube. Ich habe das neulich mal gemacht, habe eingegeben Finanzmakler Köln. Und was hat man gefunden? Ganz tolle Videos von eben Finanzvertrieben, die in Köln ansässig sind und man schaut sich so zwei Minuten Video an, sagt sich, Mensch, die sind ja sympathisch, da rufe ich mal an, da lasse ich mich beraten und so weiter. Dann können Sie nämlich genau das auch verbinden, indem Sie Ihren Firmenfilm auch bei Zing ins Unternehmensprofil reinbauen, indem Sie es bei Twitter reinstellen, indem Sie es bei Facebook nutzen. Und dann haben Sie praktisch ein Konzept, wo Sie da sind, wo Ihre Kunden sind. Und das genau ist wirklich der Tipp, den ich an Sie geben möchte. Diese Portale sollten Sie bespielen und dann eben miteinander verknüpfen. Und dann können Sie Ihre Kunden bitten, das ist immer der Schritt am Anfang, dass Sie Ihre Kunden bitten, Sie dort doch bitte online zu bewerten. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zum Risiko. Das werden viele wahrscheinlich sagen, Mensch, was ist denn da, wenn mich ein Kunde schlecht bewertet? Und dann sage ich Ihnen, das ist halt das wirtschaftliche Risiko. Das kann passieren. Das ist auch gar nicht so schlimm. Es kommt natürlich nur auf die Quote an. Wenn ich ein Restaurant habe und habe da 99 super Bewertungen, dann ist es gar kein Problem, wenn einer schreibt, das hat mir gar nicht geschmeckt. Wenn ich aber nur drei Bewertungen habe und zwei davon heißen, da hat es mir nicht geschmeckt, dann ist es sicherlich kontraproduktiv. Und wenn es Ihnen dann gelingt, eben in Bewertungsportalen auch für Ihre Firma, für Ihre Dienstleistung, für das, was Sie gerne anderen Leuten anbringen, anbieten möchten, vernünftige Bewertungen bekommen, dann kombinieren Sie das alles und Sie werden merken, Sie sind nämlich dann genau da, wo die Kunden sind. Denn die Kunden sind im Internet. .